Und damit willkommen zurück zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Heute ist es wieder mal, wer hat es gedacht, Birdwars auf dem Web Stream. 8x1. Wow, that's impressive. Ach, fagget. Jetzt habe ich diesen Kack-Villager im Hintergrund. Mann, ich finde das nicht so okay. So, dann bauen wir uns mal in den Mirror. So, was auffallen sollte, ich habe keinen Schilder drin. Oh, nie. Das liegt einfach daran, dass ich mein Texture Pack ein bisschen verändert habe. Und zwar habe ich ein paar animierte Sachen reingepackt. Und zwar, da die Schwerter sind animiert. Alle, von Holz bis zu dir. Und Bogen und Pfeil und Äpfel. Die sind animiert und das verbraucht sehr viel Leistung. Und deshalb habe ich das Schilder mal rausgenommen. Ich hoffe, das stört nicht. Und ja, jetzt kann man es nochmal sehen. Ich sehe das nicht ganz, ganz in Tüftels. Ich wollte es nochmal ausprobieren. Es zieht halt echt enorm viel Leistung. Also, Schilder ist da, weil man es lagfrei haben will, nicht dran. Oder zumindest würde ich es nicht empfehlen, wenn man aufnimmt, einen Schilder drin hat und das hier. Ne. Würde ich nicht machen. Zumindest nicht bei meiner PC. Ich habe einen guten PC, aber halt nicht einen über-drüber-krassen Gaming-PC 2015. Alles klar, der Typ leckt ein bisschen, aber nur ein bisschen. Was bin ich? Äh, blau. Gold, könntest du bitte spawnen? Ne. Ah, doch. Geil, danke. So, schnell zurück. Schnell, 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 schnell. Hopp. So. Was wäre gut? Ein Bogen, schätze ich mal. So. Ja, ich mach's mal. So. Warum habe ich einen Rosenstrauch? Kann ich das mal einen erklären? Spiel, bitte erklär mir das. Warum? Egal. Dann halt nicht. So, ähm. Ja, ich nehme hier das gerade Dienstag auf. Also, morgen, Mittwoch, ob das muss oder darf oder sollte es online kommen, dieses Video. Und, ja, das, äh, ist halt dann schon sehr, sehr knapp, also, oder spät. Ähm, das liegt einfach daran, da ich, ich bin jetzt echt gerade verwirrt, ähm, ja, zeitlich niederzu gekommen bin. Und jetzt endlich mal Zeit gefunden habe, es aufzunehmen. Und es ist, äh, nicht nur Dienstag, sondern auch noch Dienstag. Ach, geil. Äh, Dienstag, oh mein Gott. Abends? Ohm, ach du, ist es gerade. Ja. Ach komm, bin ich denn wirklich so scheiße? Als ob ich so kacke bin, ey. Oh, ja, genau. Jetzt treffe ich ihn wieder. Es ist jedes Mal, jedes Mal das Gleiche. Wenn ich ihn wegsehe, treffe ich ihn. Aber sonst nie. Egal. Immerhin habe ich ihn getroffen. Ist er verreckt eigentlich? Ne, ist er nicht. So, ja, wenn man gerade gehört hat, hoffe ich mal, außer seid taub. Aber da könnt ihr mein Gelaber auch nicht hören. Uff, ja. Sollte man gehört haben, ich habe eine andere Musik drinnen. Also nicht die, sondern die davor. Die fände ich eigentlich ganz cool. Und diese Musik, die ist schon echt alt, könnte man sagen. Von NCS, No Copyright Sounds. Ähm, ja, hat es hochgeladen. Eigentlich ist die Musik von... Mendum, glaube ich, spricht man das aus. Ja, die Musik erinnert mich so an die alten Zeiten. Denn diese Musik habe ich... in meinen allerersten YouTube-Videos auf meinem allerersten Kanal benutzt. Und das sind irgendwie so coole Erinnerungen. Eher coole, genau. Coole, richtig gehört. Ähm, coole Erinnerungen. Ähm, ja, die ich so... bei, behalten möchte. Ja. 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 Ja, kein Spaß. So. Ähm, Gold ist hier wieder am Start. Am Stöselmüssel. Ich finde Gold persönlich echt... Ähm, was ist denn hier? Cool, nicht wahr? Ich finde das voll, äh, Korall. Wenn ich sowas einfügen darf, kann, möchte, will. Ja, genau. So, dann kaufe ich mir noch eine Rettungsplattform und einen Störke zurück, um mir jetzt gedacht. Gut, dass er das... Hä? Achso, ich dachte schon. Ich habe mir gedacht, Pink wäre ja weg, aber das stimmt gar nicht. Weil Pink ja gar nichts gemacht hat. Kann sein, dass er auf K rumgestanden ist. Ich hätte nichts gesehen, dass ich Pink irgendwie annähernd bewegt hätte. So, dann einen, äh, Schnelligkeitstrank, noch, dann noch Haltstränke. Ja, ich bin immer noch erkältet, aber... Ja, es ist besser. Ähm... Wir sehen hier, glaube ich, auch keiner zu. Wo ist der Dude? Wer hat hier Gold gesaved? Rot? Ja, rot. Ähm... Türkis, oh mein Gott, bin ich scheiße, ey. Ah, Türkis. Oh mein Gott. Oh. Oh, 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 oh. Ach komm, nicht schon wieder so ein Boss bei mal. LP, HD.TV, unterstrich, org, jetzt. Was? Oh, nee. Schieß mich nicht runter, schieß mich nicht runter. Ach, diese Fotze, ey. Ja. Juck den Jungmann nicht. Yo, wahrscheinlich. 9. 10, so. Das sag ich nicht, jetzt hab ich alles umsonst genommen. Nein, hab ich nicht. Deines Teams. Oh. Willst du dich jetzt glücklich? Wirst schon sehen, was du davon hast. Und zwar gar nichts. So. Dann machen wir das mal. Hm, ich weiß gar nicht, wer bedroht. Äh, ich kill den. Als Rache. Bevor er ihn rot killt oder er Suizid begeht. Was natürlich keine Seltenheit wäre. Snack ich mir ihn mal. So. Ist gedrackt. Ähm, der Rode ist nicht in der Mitte. Geil. Ich würde mal sagen, die Runde hätten wir safe. Ja. So. Haltrack süffeln. Und dann ab zu ihm. Irgendwie ist es immer so. Am Anfang wird mein Bett nie abgebaut. Also kein Interesse sich dafür. Und zum Schluss, wenn ich dann das Gold habe, kommen sie alle bauen. Äh. Ja, wollen mich halt töten. Töten. Oh mein Gott. Bin ich behindert, ey. Oh mein Gott. Der Typ ist echt gefährlich. Der hat einen guten Ping. Das merkt man auf jeden Fall. Da er gleich. Da er instant respawnt. Und nicht einfach fünf. Jahre dann dasteht und nichts macht. So wie viele. Viele stehen ja dann noch. Ähm, fünf Milliarden Jahre rum. Ja, tut mir leid. Aber das ist mir echt zu gefährlich. Wenn du hast einen guten Ping. Und, äh. Ich nicht. Und du hättest mich eh schon fast. Runtergekloppt. Ach, wie dieser Pisser. Ja, dann lauf. Ja, lauf. Ja. Soll er sich gönnen, der Junge. Komm, mach auf. Schnell, 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 schnell. Oh mein Gott. Als ob das dein Ernst war. Oh mein Gott. Okay. Dann würde ich sagen, das war's. GG. Schreibe ich mal. Willst du mich beleidigen? Was? Bad Game, oder was? Bad Game. Ich schätze mal, das ist so ein Typ, der gerne Leute beleidigt, ja? Okay. Dieser Typ ist eindeutig einfach zu blöd für diese Welt. Nein, Spaß, aber der hat zu 100% einen Mut bekommen, da er schätze ich mal gerne Leute beleidigt. Hätte er, glaube ich, bei mir auch gemacht, schätze ich mal, wenn er nicht gemütet worden wäre. Aber gut, dazu sage ich mal nichts mehr. Die Minecraft Community war mal schön jetzt mittlerweile, sie fuckt immer mehr ab. Das ist leider so, man kann es nicht verhindern. Zumindest selbst ich früher noch schön in Erinnerung. Und, ja. Egal, nichtsdestotrotz würde ich sagen, ähm, wenn es sich gefallen hat, lasst doch ein Like da. Auch sehr gerne ein Abo. Favo, Abo. Und, ja, vorab gesagt, dass, entweder nehme ich noch eine kleine, oder was heißt, kleine, aber ein paar Runden PvP auf die Molie auf. Vielleicht. Aber kein Bad, was mir oder sonstig ist, denn ich habe echt nicht viel Zeit. Es ist 8 Uhr und, dass ich nicht in 2 Stunden sollte ich schlafen gehen. Denn ich muss ja um halb 6 aufstehen. Und, äh, ja. Ist so, ich bin auch erst heute um 6 Uhr nach Hause gekommen. Ihr müsst euch vorstellen, ich stehe um halb 6 in der Früh auf und komme um 6 Uhr nach Hause. Ich bin quasi den halben Tag nur in der verdammten Schule. Das ist krass. Egal, nichtsdestotrotz. Wünsche ich euch noch einen schönen Tag, Abend oder eine schöne, eine schöne, wie sagt man da, weil wir das Video in der Früh sind. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall. Egal. So, dann, äh, bis zum nächsten Mal. Ciao.